So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, bzw. wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn der große Samyang-Nudeltest, Samyang-Buldak-Ramen-Korean-Feier-Nudeltest, geht in die nächste Runde. Denn wir haben das große Samyang-Paket erhalten mit allen Samyang-Buldak-Ramen-Sorten, die es gibt. Wir haben letztens schon ein bisschen getestet, wir wussten es immer noch, ich kann nichts dagegen machen, aber ich habe mich testen lassen, es ist kein Coronas, das ist schon mal sehr gut, obwohl dann wüsste ich wenigstens was es ist. Wir haben schon Käse getestet, wir haben Carbonara getestet, wir hatten die Light-Version, die wir getestet haben, wir hatten Curry, Curry haben wir auch getestet. Wir haben Tomato-Pasta getestet, wir haben beim letzten Mal Bulldak-Kimchi getestet, Bulldak-Kimchi, das war besonders komisch, habe ich gleich gesagt, das werde ich nicht mehr kaufen, oh mein Gott, Hilfe, man konnte es essen, keine Frage, war auf jeden Fall sehr interessant, aber ist nicht was, was ich unbedingt immer zu brauche. Und jetzt haben wir noch genau drei Sorten, also vier Sorten übrig, Too Spicy, den Stew-Type und die schwarzen. Und weil wir Kimchi, was ganz Besonderes hatten, möchte ich heute mal die nächste besondere Eigensorte testen, und das sind diese grünen hier, Samyang-Buldak-Yah-Yang. Yiyah-Yang, wenn ihr die kennt, schreibt. Schreibt es mal in die Kommentare, Yiyah-Yang von Samyang-Buldak-Korean-Feiernudels, es steht auch wieder da natürlich Hot-Chicken-Flavor-Rahmen. Oh, und hier ist das erste Mal, dass ich was sehe, hier steht Korean-Black-Bean-Soße, also schwarze Bohnen-Soße. Bei den anderen stand nämlich irgendwie nie irgendwas drauf, deswegen wusste ich nie, was das sein soll, oder um was es da geht. Hier aber einfach schwarze, koreanische Bohnen-Soße. Die werden wir heute testen, die werden wir heute auspacken. Guckt euch wieder das Chicken an, auf dem Bild, das Chicken ist immer das Highlight. Letztens habe ich auch nach Samyang-T-Shirts geguckt, leider nichts gefunden, bei Amazon, auf irgendwelchen ominösen Seiten was gefunden, aber ihr wisst ja, wenn man da bestellt, kriegt man meistens einfach nur eine Nudel anstatt ein T-Shirt. Hier ist der Beutel-Soße, hier ist das Tütchen-Gras, Adi Schatz, hier ist das Tütchen-Gras auf jeden Fall, was wir dann drauf machen, bin mal gespannt, wie das schmeckt, da müssten die Bohnen drin sein, ja, und natürlich unser Nudelnetz. Das machen wir jetzt erstmal warm, bin ich mal gespannt und dann wird der Hals auch wieder frei, das brennt mir nämlich immer alles weg. So, wir sind zurück, die Nudeln sind fertig, beziehungsweise eigentlich sind die noch ein bisschen zu fest. Die sehen aus, als hätte ich das Nest einfach auseinandergezogen, aber ist kein Problem, denn ich habe erstens gar keine Zeit, deswegen muss es immer ganz schnell gehen und zweitens, meine Lieblingsserie, meine aktuelle Squid Game, da habe ich ja wieder mal gesehen, dass die in Korea einfach diese Nudeln aus dem Pack rausnehmen, streuen das Pulver drauf und fressen das einfach so. Die beißen dann in diesen Nudelklotz rein, als wären das Chips, als wäre das ein Gebäck, als wäre das sonst was. Und wenn ihr das so fressen aus der Packung, dann kann ich auch, wenn ich es ein bisschen gekocht habe, aber es noch nicht ganz so weich ist, so auch essen. Das ist jetzt mein Gedankengang bei der Sache. Gleichzeitig möchte ich natürlich jetzt die Soße hier drauf packen und das, was auch immer dann da drin ist, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier aufkriege. Eigentlich müsstet ihr das immer versuchen, mit der Hand aufzumachen, auch wenn die Hand dann schwarz ist, weil die Soße ja einfach so extrem dunkel ist, dürfte das trotzdem klappen. Ihr seht das ja, wenn das hier rauskommt, dass es einfach für einen schöner, dicker, schwarzer, klebriger Fladen ist. Oh mein Gott, das ist so tief schwarz. Das sieht so böse aus. Nein! Das ist uns Puderfest-T-Shirt. So, jetzt klebt hier noch alles drin. Das wische ich jetzt mal ab an den Nudeln, wenn das funktioniert. Da ist immer noch was drin. Wir müssen noch mal drücken. Das wäre doch besser gewesen, ich hätte das mit einer Schere aufgeschnitten, sodass ich das dann einfach an der Kante abziehen kann, weil jetzt klebt alles auf der Gegenseite und der ganze Daumen ist auch voll. So eine Sauerei hatte ich schon lange nicht mehr. Müssen wir den jetzt ablecken. So. Der Husten ist nichts Besonderes. Ihr habt ja gesehen, Husten habe ich sowieso. Jetzt packen wir uns hier von, von dem zweiten Tütchen, mal dieses, äh, diese Bohnen drauf. Oder was auch immer das ist. Yiyayang. Da ist hier lauter so Gemüsezeug wieder drin. Das können wir euch so zeigen. Yiyayang. Machen wir nämlich hier. Jetzt ist das schön bunt. Jetzt sehe ich sogar Erbsen. Bruder, wenn ich... Vielleicht fliegt alles runter durch den Husten. Also wenn ich nichts sehe, aber Erbsen, da kenne ich. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht scherlich aus? Ist das nicht köstlich? Grünes, hier, Yiyayang. Auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Kurz mal so hier auf den Tisch gelegt, dass alles voll Soße ist. Sieht auf jeden Fall jetzt schon ultra interessant aus. Und ist natürlich auch wieder ein bisschen scharf. Jetzt schnell rummachen. Müssen nämlich gleich weiter. Alter, das ist richtig knusprig jetzt. Und die Soße halt einfach wirklich wieder wie Pflaumenmus. Ich finde das so hammergenial. Samyang-Nudeln. Die besten Rahmen, die es gibt. Ich glaube, da muss ich mir nochmal so einen Pack bestellen mit allen Sorten drin. Am genialsten wäre einfach ein fettes Abschlussvideo. Alle Sorten auf einmal. Ein riesen Bottich. Alle Samyang-Nudeln mit einmal da rein. Alle Soßen dran. Alle Gewürze. Alles andere. Guckt euch doch an, was das für ein fetter Haufen ist an schönen Pflaumenmus-Nudeln. Ach, ja, Pflaumenmus, genau. Das riecht schon wieder ein bisschen säuerlich. So wieder richtig essig-scharf und aufdringlich. Deswegen bin ich jetzt eben mal gespannt, was das für eine Sorte sein soll. Wie man die überhaupt isst. Das ist immer das größte Problem, was ich habe. Da was zu finden, was man rausnimmt, einfach zum Essen. Und andere schneiden das vielleicht sogar. Coriander Black Bean Sauce. Und muss ich sagen, im Vergleich zu allen anderen wirkt das irgendwie trotzdem sehr mild. Hat so eine Sojabohnen-Note vielleicht ein bisschen. Soja, Sojabohnen, Sojasauce. Irgendwie so ein Gemisch aus beiden. Alter, ist das fett wieder mal. So dicke, bissfeste Nudeln dabei. So saftige Soße, würziger, kräftiger Geschmack. Es ist eine Schärfe da, es ist sehr pikant. Aber nicht so pikant wie der Rest. Im Vergleich dazu halt trotzdem mild, aber es ist pikant. Jedem anderen wäre das wahrscheinlich schon zu viel. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Gefällt mir, glaube ich, besser als Kimchi. Hier, Yang. Vor Kimchi. So zum, rein so zum Essen, würde ich sogar fast auch auf einer Ebene mit den Cheese-Nudeln sehen. Nur, dass die Cheese-Nudeln halt viel, viel schärfer waren. Aber die so zum Zwischendurch einfach so essen, übelst köstlich, übelst genial. Also die würde ich vielleicht auch auf meiner Wunschliste mit drauf lassen, dass man die nochmal holen kann. Sonst würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Pupsi muss ich auch noch probieren lassen. Wir sehen uns nächsten Montag beim nächsten Samyang-Nudel-Test. Ich habe ja noch drei Packungen übrig. Und wir schließen auch mit was ganz Besonderem ab. Ich habe mir nämlich noch was richtig Heftiges überlegt. Jetzt aber, das war es von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut euer Ramses und vor allem dieses Gemüse, was ich da drüber gestreut habe. Das ist, das merkst du richtig, das ist richtig knusprig dabei. Und macht nochmal einen ganz anderen Geschmack mehr dazu, dass du nicht nur Nudeln hast, sondern auch so, wie als hättest du kleine Croutons, wo du noch drauf rumkaufst. Übelst genial. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.